hallo ich zeige dir heute wie kannst du jetzt ein ticket für nahverkehr in berlin kaufen auf dem automaten also jetzt kannst du sehen viele automaten in berlin viele leute sind nicht sehr gepflegt aber hoffentlich wird es für dich ganz hilfreich sein zuerst kannst du sehen dass in der spalte ganz in der mitte sehen wir ab berlin bc und abc ab und zonen also berlin ist verteilt in abc zone in also ohne sind normalerweise alle möglichen sehenswürdigkeiten aber das ist ganz ganz selten ein unterkunft dazu zu finden die zone ist fast alle was du brauchst fast alle bezirke wurde deine unterkunft wahrscheinlich haben kannst aber beachten dass abc zone des flughafen berlin ist in der dritte also in c zone genau also wählen wir ab 1 wenn du in berlin für ein paar tagen bist oder hier wohnst das ist was du am häufigsten brauchst du kannst es sehen einzelfahrausweis regeltriften den preis dann 24 stunden du wirst den preis sehen beachten einzelfahrausweis gilt nur in einer richtung also zum beispiel von der c sonne zu a sonne für von a bis c musst du eine andere kaufen also dann regeltarif als aus was mit dem fahrer das ist eine andere an dem preis mit kleinen gruppen in gruppen sind die karten immer günstiger ermäßigungs tarif für 20 stunden ermäßigungs also das ist für schüler und rentner und ja das sind die kleine unterschiede und dann können wir einfach bezahlen drücken aber beachten wir können mit münzen von 15 bis zu zwei euro zahlen auf dem automaten und mit noten ab fünf nur bis 20 außerdem müssen wir mit der kreditkarte oder gero card oder pay oder maestro card zahlen aber das geht auch ganz ganz einfach und jetzt zeige ich dir wie kannst du das ticket für flughafen berlin kaufen also du kannst eine eigene option auswählen für airport berlin flughafen und dann haben wir zwei möglichkeiten über berlin bc das bedeutet ohne fahrt über berliner in der stadt als ich gesagt habe alle möglichen sehenswürdigkeiten sind in der a-zone oder über berlin abc dann hast du alles also das ist finde ich bessere option für 3 euro 80 oder 30 cent mehr du kannst sieben tage wählen oder 24 stunden sieben tage ist natürlich ein bisschen teurer aber schon es ist besser als jeden tag 24 stunden karte zu kaufen dann schauen wir tickets für touristen du hast sechs optionen welcome card is a city pass berlin joy card city to card quere city pass berlin und berlin card also du musst einfach alles einfach durch durchlesen und passend angebot für dich auswählen und noch schauen wir kurzstrecke das ist nur bis zum drei stationen also nicht mehr als drei stationen fahren und du kannst du diese karte gerne nutzen hoffentlich war das für dich hilfreich und wir sehen uns in berlin bis nächstes mal